Moin liebe Gartenfreunde, auch in diesem Jahr wird wieder gewichtelt und in diesem Jahr gibt es auch für euch was abzustauben. Einige Garten-Youtuber haben für euch was locker gemacht, Saatgut und auch andere Kleinigkeiten und die ihr jetzt daran teilnehmen könnt, das seht ihr gleich. Jetzt erstmal, wer ist dieses Jahr überhaupt alles dabei? Musik 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 Jetzt sage ich euch, wie ihr teilnehmen könnt. In jedem Video sind ein oder auch mal zwei Buchstaben versteckt. Diese bilden am Ende einen kurzen Satz. Ihr müsst natürlich die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bekommen. Diesen kurzen Satz fügt ihr bitte mit einem Hashtag in die Kommentare unter diesem Video ein. Es wird insgesamt zehn Gewinne geben, drei etwas größere und sieben mal Saatgut. Verschicken wird die Gewinne die Viola, die Garteneinkauf-Fee. Teilnehmen könnt ihr bis zum 5. Januar und wenn ihr jedes Video aufmerksam schaut, werdet ihr die Buchstaben bestimmt entdecken. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den Kanälen und dort könnt ihr auch sehen, wann welcher Kanal dran ist. Am 19. Januar könnt ihr auf Violas Kanal die Garteneinkauf-Fee sehen, wer gewonnen hat. Bis bald mal wieder, eure Nadine. Deine Ahnung Mischen wenig aber wenigstens was da. Nöp, die kann man da nicht. Moin liebe Gartenfreunde, auch dieses Jahr wird wieder gewichtelt und das war wieder gewichtelt und dann wird gewichtelt. Ich habe meine Rede vergessen. Was soll ich denn jetzt damit? Hasi, du schneidest das nicht in der Hand. Ganz nicht so. Aber nicht wie ich jetzt so blöd wieder in die Kamera gucke. Vor allem, ich habe gar nicht in die Kamera geguckt, ich habe wieder da hingeguckt. Da ist die Kamera, da ist sie. Tschüssle. 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 Tschüssle.